Ja, so war das. Die ganze Nacht. Genau, das war das. Wenn ihr das eingeschaltet habt, son-schauter. Wird aber immer, Ragoon. Wie die mir einfach weggenommen wurden. Farut. Frech. Und einfach kaputt gemacht. Einfach kaputt. Einfach weggenommen. Das war das. Ich sehe Schlange. Ich sehe Heilung. Sehr gut. Jeder sieht was. Der war im Stachel, ich hatte ja jetzt keinen Bock drauf. Zu bluten. Was? Hallo. Deben Sie. Deben Sie. Äh. Weeping? Jo. Na gut. Hast nicht überzeugt. Ich muss mich zurückhalten. Ich muss mich zurückhalten. Ach so, ja, ihr macht das schon. Ich muss noch ein kurzes nachgucken. Komm gleich nach. Bis gleich. Oh, der Bass ist hier. Der Bass ist hier, ja. Und die Schlange noch. Ist es noch weiß? Geh mal kurz ganz hinten hin zum Hinweis. Also, hier gibt es ja mehrere. Aber ich guck mal, welcher davon Event ist. Ich guck mal kurz ein paar Punkten hier ab. Ah, bei mir ist der Hinweis. Gleichzeitig gibt es ja auch noch ein Train. Und zwar gibt es im Angebot Levering. Gibt es da relevant? Levering. 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 Hm. Levering. Das ist ja auch eigentlich wie so ein, wie so ein bayerisches Gerichte. Ah, jo. Levering, ey. Da fahrt noch viel gekühlt und so. Das wird es mehr nicht. Ich mag mal Levering. Also, falls es hier noch wer will, ne? Hier liegt Levering. Da habe ich, glaube ich, schon ja. Levering. Ich habe mein Levering auch mal dabei. Dein Levering. Moin. Wen haben wir denn da? Ich kann nicht wegspringen. Hallo. Alter, haben Sie gerade so eine Tür auf? Guten Tag. Nein. Der schallt mich so an, dass ich da. Jetzt rastet er aus. Ja, der muss auch. Ich gehe aber ganz schön in den Stall. Genau, das war das. Hm? Ist der irgendwo noch Schlangen? Ja, was ist das? Ach, ich sehe die Fallen, Alter. Das sieht doch krass aus. Ich sehe die Perlen fallen. Ich dachte, ich dachte erst, das wären noch Schlangen zum Sammeln. Alter, Feuer machen hier. Das war teurer, Magier. Da gibt man die Punkte ab. Hat noch. Ich muss noch 8 Punkte ab. Ich habe 11. Oder 11. Schick mal hier raus, bitte. Hier ist noch keine Falle und da sind Punkte. Warte mal, kann ich da raus? Ja, hier kannst du raus noch. Ja, ich kann den Ben vollenden sitzen. Ich lebe. Ich lebe. Achso, du willst wieder reinkommen, ne? Warte, ich mach wieder zu. Ich lebe. Komm rein. Lauf, Junge. Lauf. Okay, es ist noch zu drin. Lauf, Minio. Lauf, mein Junge. Minio, ey. Lauf, Lauf. Oben sind auch drei Fallen, also an den Türen. Lauf, 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 Lauf. Guck mal, wie cool ich das gemacht habe. Wenn man hier nicht durch die Tür will, bekommt man eine Falle. Wenn man da durch die Tür will, bekommt man eine Falle und hier auch. Ja, geil, ich habe eine Falle bekommen. Stimmt, ich bin da durchgegangen. Guck mal, da auch. Da ist auch eine. Och, Marcel. Was machst du denn da? Ich habe die Leute gesehen. Ich wollte mal gucken, ob da noch eine drin ist. Du weißt ja nicht besser, wenn du nur eine hier machst und die Reste machen wir dann an den Fenstern. Wer ist denn, die kommt man hier rein? Ja. Ja, stimmt. Ja, Marcel. Ich lege mich hier nicht in den Sparks rum. Hä? Warte, du könnt euch ja jetzt mal entscheiden am dauernd Fall. Nein, der Kappe ist ja offen. Denkt dran, die Türen müssen verdichtet sein. Und... Was war das sonst? Kramplätze müssen verdichtet sein. Genau, das war das. Aber hier fehlt dann noch eine Falle. Nee, so ein... Hier habe ich halt zwei Händen gelegt. Also irgendwann... Weißt du, was ich glaube, ich irgendwann mal mache? Au. Ich glaube, zum Geburtstag... Also nächsten Geburtstag schenke ich dir, glaube ich, mal so ein Nippelboard. Dann immer so... Mee. Ja, war das. Mit so echten Nippeln? Ja, ja, genau. Ja, genau. Mit so echten Nippeln? Hm. Alah! Oh, jetzt ist die Waffe. Sieht man auch nicht allen Tage. Nee. Nippeln? Ich bin mit den Sparks rum. So, wenn die Freundin möchte. Oder der Partner. Was ist damit? Ich bin dann in die Malibu. Die denn da? Also ich stehe hier nur rum. Ja, ich merke schon. Ich kann mir schon denken, wenn ich jetzt da drauf komme. Mann, was hast du denn? Darf ich hier nicht rumspringen? Caillou, ich bin halt gelähnt. Erfreust du dich, das Leben? Ich kann meinen Oberschenkel sehen. Warte, hier tut seine Oberschenkel. Das wäre ja kaputt, wenn du die ganze Zeit so rumspringst. Nee. Ja, ich weiß noch mal. Aber wenn ich das machen würde, würde ich einen fütterlichen Kampf kriegen. Ach, mein Bein ist eingeschlafen. Oh. Okay. Tut dir weh. Ups. Hast du ja erst nicht gesagt, dass wir aufheben sollen? Achso, ihr könnt aufheben, wenn ihr wollt, ja. Naja. Ui, 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 ui. Also, du musst noch eine Abhaube rausnehmen. So viel los, ne? Auf geht's mal. Ui, 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 ui. Okay, let's go. Der Schnodderin. Auf geht's. Der Schnodderin. Meine Schnodderin. Der Schnodderin? Der Noda. Du hast einen sehr interessanten Fetisch. Ja, ne? wüsste ich gar nicht der neue Nodder auch in ihrer Tiefkultur oder so ich kotze erst mal eigentlich wollte ich mich auf etwas beziehen was so ähnlich klingt Nodder in der Tiefkultur war sehr kreativ von dir ja sehr gut cool ne hab ich mir selbst ausgedacht gerade eben sehr gut ein richtiger Finder war gut ein Erfinder danke bitte da da jetzt hab ich eine so eine Umrandung gesehen da da Achso ich hatte da wäre umgeführt da sind Hunde und Hunde ich hoffe ich hab dein Name richtig ausgesprochen das schon wieder sich meldet ist wie komisch und sind doch schlangen mit den schlangen das war frisch ok die freien kombiniert mich fast instant ernsthaft okay was er wieder sagt hier in diesem gebäude aufgenommen und fester sind oben im fenster haben wir zeit mal da kommt noch mal sehen jetzt hat sie wirklich dann da rennt glaube ich noch eine sekunde ich guck mal du kannst ihn auch wo ist der bounty oder liegt das noch ihr müsst alle mal bitte alle aufheben hier draußen liegen zwei und hier liegt einer hier oben und auf der treppe liegt auch noch einer den wir wirklich nur bluten können ja wieso weil der schon also ich kann nicht mehr looten würde auch nicht ja der auch für treppe die aber blaues lawyeren ok aber hier ist noch was hier liegen auch noch ich war dabei also auf jeden fall da liegen zwei jährlich eine da liegt auch noch jemand und hier nicht so schnell also hier liegen hier liegen zwei dann liegt noch hier einer also ich habe kein gekürt ich war einfach nur dabei weiß gar nicht wie ich ihn gekürt so sind hier und hier ist noch eine so sind hier noch welche drinnen gestorben ich habe nicht mal irgendwo ein schuss abgesetzten und man muss mal oben und so was auch gespart ja überall im haus ich kann ja gerade mal kurz provisorisch durch aber ich will jetzt noch die punkte jetzt müssen wir mal schlangen ich denke eure punkte abzugeben ich weiß man die feine musik ist auch noch punkte ich habe schlangen gefunden ja ich bin die gamer vorbeigeren aber ich sage immer oben raus so einig so die 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 Eeeh. Eeeh. Was ist mir da? Du, 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 yeah. Ah, weiß er, ne, vielleicht muss ich gleich mal die Bärtige mit. Wenn man Bullock war mitnehmen, dann. Ah, meister, es läuft ja. Weiß ich nicht, aber ich nehme die immer umsonsten mit. Also, wenn ich die Verlierung zustimmt. Okay, es war 26 Punkte nochmal. Ja. Das ist echt nicht schlecht gerade. Lüpp. Klampe. Okay. Mach's auch. Wollten wir sicherstellen, dass er tot ist. Der lebt mir schon, brei. Ich hab das gemacht. Hoffen wir, keiner den Ball hat. Ja. 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 Hoffen wir, keiner nimmt bei den Stream noch an, wer am Schlafen ist. Schön, dass ihr wieder wach geworden seid. Nehmt euch nochmal um, nehmt euch was zu trinken und schlaft weiter. Das Gamer Schlaflied. Aha. So. Müsst ihr denn dich kennen? Mein Kind. 393. Mhm. Ja, ich war dabei. Schade, nicht wegbrennen können wir wenigstens. Äh, ich hab ein Kill. Ja, Moon hat hier ein bisschen aufgeräumt. Ja. Schön aufgeräumt. Wenn ihr ihn genauso fandet, als geliked habt. Aber wirklich dann für mich nicht vergessen. Und nächstes Mal zu unseren Showdown mit einschalten. Tschüss. 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 Tschüss.